Jete, meine Nieten Sterbefälle, am Mai, den Nähenden, 20-25. Gestorben aus dem Sausten Mai, 20-25, wird für die Hohenleuwen Ralkop in aller von 90 Jahren saß, Monaten 27 der, von Winnipeg, Manitoba, Kanada. Seine Frühe, wie geborene Heloina Rampel Ernst, soll starb den 7. Februar, 20-20. Gestorben aus dem 9. März, 20-25, wird für die Hohenleuwen Rampel cholesterol ein drogen, weniger niedos. Seine Frühe, die du inheritsche,40-jahr,150. Seine Frühe, wie geborene Heloina Rampel Ernst, soll fünf, dinos. Die Mönche vinderaatisch für die Hohenleuwen Rampeln er tritt. Gestorben aus dem 8. Mai 2025, James H. Schmert in Erla von 9.00 Uhr aus 22.00 D.O. von Hometown Jano, Texas, USA. Sini, früh als geborene Sarah Smith. Gestorben aus dem 9. Mai 2025, früh Philip Hamm, geborene Janice Lee Boyen in Erla von 22.00 Uhr, sieben Monate in 29.00 D.O. von Kumballiswea, Kentucky, USA. Gestorben aus dem 8. Mai 2025, Witwefrüh, Alice Smith, geborene Betty Schmidt in Erla von 4.00 Uhr aus 22.00 D.O. von Hays, Kansas, USA. Gestorben aus dem 7. Mai 2025, Witwefrüh, Jakob Dijk Wieb, geborene Halina Wieb Wieb in Erla von 27.00 Uhr, zwei Monate in 20.00 D.O. von Kalony del Norte, Bolivien. Seu horreuer in Kampus 70 und Kampus 40, Nordkalony, Chihuahua, Mexica, gewohnt. Ere Grautäldern wie Johon Wieb in Katharina Schmerzdom von Nummer Saas. Gestorben aus dem 9. Mai 2025, Johon Ernst Niefeld in Erla von 71.00 Uhr, fünf Monate in Saas-Deal, war auf Schwor und Träfgeläden von Kampus 150 in Scheindorf, Cuktemo, Chihuahua, Mexica, seine Frühjahrsgeborene ohne Mordeskloßen, sowie terrestellbefeuille Feffendeo.